Ah, die macht auch, Alter. Das ist doch nicht wahr. Aber hier gab es doch noch irgendwo ein Schiff, ne? Wo man... wo Waffen gab. Hm... Nee, ich glaube, weiß ich nicht mehr. Eigentlich ja. Hi. Heute würde das nichts gemacht, wie die Schrott, die geladen ist. Ja, wäre besser gewesen. Nein, rechts. Ja, nur noch zwei. Einer gleich. Einer, einer, einer. Jawoll. Warte mal, ich schau mal noch mal kurz was. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Was denn? Nee, noch alles eigentlich. Ich glaube, so ein Schiff ist da oben. Wo? Ist da hinten. Nee, das lag auch irgendwie am Wasser. Achso, das ist... Oder du meinst das bestimmt, was da hinten am Pier liegt. Nö, eigentlich auch hier so ein Schrottkahn, der fast abseucht. Alter, woher kommst du denn her? Weile und Lenkung. Bye. Denk schon. Oh, da kommt was fetters. Badass. Ich bin runtergefallen. Oh, oh. Komm runter. Lass dir runterkommen. Komm runter. Ja, ich komme, ich bringe so mit. Ja, toll. Bring jetzt noch was anderes mit. Ja, ich weiß. Fröhliche Weihnachten, ihr Ficker. Von der anderen schon mal keine Monition mehr von der Schrottkahn. Wir müssen auch passen, da oben ist nämlich noch einer. Ja, ja. Man schält, aber ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Bin hier auch voll im Eis fest. Oder ein Eis ab dem hier, bin man bei dem. Ja, den kriegst du noch selber hin, oder? Ja, jetzt krieg ich den selber hin. Bye. Fick dich doch. Oh, gab wieder was Schönes. Jetzt gab es ja ein... Ach so. Kack, Schild. War ein was noch eben? Auge Schild, oder was? Völlig schlechten Schildern und alles. Ich weiß. Bye. Meine Leben, ne? 24 oder 5 volles Schild wieder. Ja, bis 37. Ja, wir müssen ja hier immer so... Vielleicht kann man wieder meine Munition erfüllen, einfach umsonst. Ja. Ach so, kennst du das gar nicht, ne? Ne. Du kannst ja, wenn du die aktivierst, die Munition einfach auffüllen lassen. Von den beiden Waffen, die du gerade in der Hand hast. Hä? Wie? Ja, ich hab jetzt zum Beispiel 150 von der... 150 Kugeln von der einen Sorte. Aktivier ich das, hab ich zum Beispiel 175 danach. Ja, was aktivierst du? Meine Fähigkeit. Ich hab ja danach zwei Waffen. In der Hand. Ja, ich hab ja... Ja, ich hab ja... Ja, ich hab ja... Ja, ich hab ja... Cool. Oh, machst du ein Level mehr als ich? Also nicht, weil ich besser benötte. Was ist los mit dem Ding? Das verarsche ich mich doch. Oh, krass. Lalalalala, ich hab ja nichts gefunden. Lalalala. Verbraucht drei Munition pro Schuss, kannst du aber definitiv knicken, mein Freund. Ah, wo mach ich das denn? Ja. Hey, Centos. Was? Schöne Waffe gefunden. Ja, freu' dich. Ja, freu' dich. Lalalalala. Doch, du willst die andere Schriftflinte sehen? Du hast gleich alles eingesackt, ne? Da waren nur zwei Schrotflinten drin, ich schwöre. Was ist denn? Komm her. Trotzdem sagt man, ich werde gleich alles sein. Komm her. Was? Halt X gedrückt. Lauf nicht. Hier, ich... Oh, wie geht das? Hier. Ach man, voll falsch gezogen. Da. Kannst du die so nehmen? Na ja. Pitchin. Lalalalala. du weißt sie macht drei schüsse das kann ich für die hatte glaube ich 17 mal 14 oder so ich weiß leider hatte man konnte aber hier lang da ich glaube soll erst mal verkaufen oder heute mir auch wieder voll leben stöhnt ich schild bestimmt zum alters 160 ladeverzüge hat das ein bisschen schlechter schön den ax mit 162 sagen man dass den 109 weg weg ganz weg 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 ich habe jetzt 1300 1358 1290 nix interessantes das problem habe ich noch voll wieder voll obwohl granaten obwohl bekommen ich glaube aber ich doch durch einlösen türken einlösen und zwar feuer schaden zack muss auch noch gemacht werden habt ihr kommt sogar gleich kann sein kann sein hallo so habe auf dich gewartet war wieder ein netter mensch war ja ich ist klar wiederum schieten hier geht nämlich auch und das gab es noch mal eine holzfeuerung dafür hier hier werden wir da keine waffen kaufen keine munition kaufen müssen da gab es sogar fächer ab jetzt gedrückt guck guck oder wir sechs level ja da was mit euch dann verstanden verkehrt alles mit dem verkehrt so auf haus ins gesicht ich lebe jetzt erst mal weg das auf jeden fall erst mal so was glaubt ihr vanila bucket also nicht aber gegner gibt es auf jeden fall welche noch nein z kommt schnell und das einsammeln wir sind nur klein geöffnet noch ein guter ach ja und da schießt das schon wieder diese kleinen scheiße bei auch da konnte man ja noch mal ja ja es gibt sehr interessantes hast du das klo schon gelootet ja schon mal komplett aber nicht besonders sondern wir machen also wenn der waffen sind dann lassen wir die anderen noch hängen hier und waffen teilen da bin ich da diese grösser also ja ich gebe meine waffen oder weißt du doch hallo kleiner scheißer ich würde sie auch geben dann nein das ist mir alles raus und demunikation kleine zweck ist ja auch immer wieder das ist die waffe die kleine scheiß angelockt ja du musst dich retten ja ja was denn was verpasst du mich auch hätte ich da mal liegen lassen sollen erstmal was war denn ist irgendwas passiert da habe ich was verpasst was du eingesammelt hast eben wach harmlos ich doch nicht ich würde nie looten du würdest nachher nur die hälfte vergessen ja ich vergess die hälfte alles klar alles klar weiche achja mach du da unten mal naja mach du da unten mal mach das schon ja loote mal das program dessen naja mach ruhig so was habe ich denn da bekommen ach schlechte scheiß wieder wow wo bist du hier unten naja stirbst du das problem ist geh weg jetzt wegkommst geh weg wieso weggehen du 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 du